Okay, also, eigentlich ist das die Variation Nummer 1, weil das die billigste ist, ja? Also, ja, sagen wir jetzt Variation Nummer 3. Also, beziehungsweise der Käse, denk daran, für die Megasportler und Superfighter da draußen ist kein Käse Katami. Das sowieso nicht, ja? Warum? Ganz einfach, er baut hier sein Dreieck auf, ist hier zu, ich komme nie wieder zu ihm, er gibt mir den Kicker und ist natürlich der Super Wing Chun Meister und was weiß ich, soll ich Seudomeistern. Käse Katami, Fuß vor, vor, greife ihn hier noch fest und dann ist er wiedersehen. Dann probiert er mit seinem Kick zu machen, da kann bis Bagdad kicken, da leuchtet nichts. Billigste Version, ich ärgere ihn wieder hier, immer das Ärgern, dass er auf etwas anderes kommt. Okay? Und jetzt passt es auch. Ich wechsle hier um und komme oben raus und gehe hier in seinen Hals. Und das war's. Das war's. Das war's. Ein ganz normaler, ganz normaler Joke oder später Baseball Bat Joke. Noch einmal. Wir sind in Käse, kämpfen hier brutal ab. Ich ärgere ihn hier. Ich habe die Seite blockiert oder die Seite blockiert. Blockiert die Seite hier ran, komm in den Obergrund rein und dann gehe ich rein und auf Wiedersehen. Gotcha. Komm hier rein. Komm da sella. Komm. Komm.